Was ist der Körper? Du wirst dich mit dem identifizieren, von dem du denkst, dass es dich sicher machen wird. Was es auch immer sein mag, du wirst glauben, dass es mit dir eins ist. Deine Sicherheit liegt in der Wahrheit nicht in Lügen. Die Liebe ist deine Sicherheit. Die Angst existiert nicht. Identifiziere dich mit der Liebe und du bist sicher. Identifiziere dich mit der Liebe und du bist zu Hause. Identifiziere dich mit der Liebe und finde dein Selbst. Identifiziere dich mit der Liebe und du bist über alle Maßen reich, dir wird es niemals mehr an irgendetwas mangeln. Identifiziere dich mit der Liebe und du befindest dich in absoluter Gesundheit. Krankheit kann niemals mehr etwas sein, was dich belastet. Identifiziere dich mit der Liebe und du bist zu Hause. Und das ist die Einladung von Jesus, dem Christus, an uns. Mit was möchtest du dich identifizieren? Soll es weiterhin der Mangel sein? Das haben wir doch jetzt lange genug praktiziert. Und haben die Erfahrung gemacht, dass es uns nichts, nichts, aber auch gar nichts bringen kann. Was ist Mangel? Immer wenn ich über dich urteile, immer wenn ich über die Welt urteile, immer wenn ich glaube, in der Welt ist etwas nicht in Ordnung, bin ich im Mangel. Und solange ich in der Welt noch etwas verändern möchte, halte ich den Mangel aufrecht. Es dreht sich niemals um mich als Persönlichkeit. Es dreht sich niemals um dich als Persönlichkeit oder um die Welt. Es dreht sich darum, aus der Welt zu erwachen. Und das Mittel haben wir bekommen. Vergebung. Vergebung ist unser Schlüssel zum Glück. Letztendlich vergeben wir niemals irgendeiner anderen Person. Wir vergeben niemals irgendeinem Lebensumstand, der uns in der Vergangenheit geschehen ist. Wir vergeben uns letztendlich immer nur uns selbst. Das ist es, was verstanden werden will. Und dann sind wir hilfreich in der Welt als der Christus, der wir sind. Als das hohe Selbst, das wir sind. Als das Gott-Selbst, das wir sind. Du und ich. Jedoch solange ich mich noch in der Welt verliere und glaube, hier und da ist noch etwas zu bekommen, da ist noch etwas zu verändern, solange bin ich der Zaun, der sich vor der Liebe schützt. Solange ist der Körper der Zaun, der Angst hat vor der Liebe und sich nicht öffnen will. Denn öffnen bedeutet ja, ich muss meine eigenen Gedanken und Ideen und Konzepte aufgeben, was die Welt ist. Wir erinnern uns, nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert und hierin ist die Liebe und hierin ist der Schlüssel zum Glück. Legen wir unseren Bettelstab und unsere Bettelschale ab. Wir brauchen sie nicht mehr. Ich bin davon überzeugt, dass derjenige, der sich mit der Liebe identifiziert, an nichts mehr mangelt. Das, was er benötigt, wird manifest durch die Gaben der Liebe und nicht mehr durch die Dinge, die er selbst errungen hat. Wir geben unser Selbst auf. Wie unser kleines Selbst geben wir auf. Wie ich vor kurzem schon erwähnt habe, derjenige, der sich spirituell orientiert, wird immer weniger. Unsere Persönlichkeit wird immer weniger. Anstatt uns aufzublustern und uns einzubilden, was wir alles erreichen könnten. Wir wollen nichts mehr erreichen, außer den Frieden in unserem Geist herstellen. Und jetzt sind wir wirksam in der Welt. Davon bin ich absolut überzeugt. Wenn ich in dir den Frieden Gottes sehe, dann wirst du ihn mit mir erinnern. Und wenn ich in irgendeinem Menschen, den ich nicht einmal persönlich kenne, sondern vielleicht nur durch den Fernseher oder durch die Zeitung oder was auch immer, wenn ich in ihm den Frieden Gottes sehe, wenn ich in ihm den Frieden Gottes sehe, mit mir, dann hat das Auswirkungen auf alles in der Welt. Jede Vergebung, die ich in mir praktiziere, heilt die ganze Welt. Und ich muss nicht einmal wissen, wen das alles heilt, aber ich bin mir absolut sicher, dass Millionen davon ergriffen werden. Zu ihrem Zeitpunkt, den sie selbst festlegen. So wie wir den Zeitpunkt festlegen, uns mit der Liebe zu identifizieren. Nur wir können diesen Zeitpunkt festlegen, aber du kannst dieses morphische Feld mit Liebe erfüllen. Und irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt, wird jeder darauf zugreifen können, so wie Jesus es tat. Und wir sind aufgerufen, ihm nachzufolgen. All das, was er tat, ist heute für uns noch verfügbar. Das ist alles verfügbar. Und wenn du heute durch deine Fähigkeiten, wenn du heute irgendjemandem hilfst, auf irgendeine Art und Weise, ist das für das ganze Universum. Wir erinnern uns, wir sind eins. Und was ist es, wenn du in, viele hören mir jetzt zu, die in Trauer sind, die im Geldmangel sind, die in, die in Krankheit befinden. Und wo wollen sie hin? Sie wollen mehr finanzielle Möglichkeiten. Sie wollen gesund werden. Sie wollen ihren Beziehungsstress aufgeben. Also wir wollen von der einen Polarität zur anderen. Und hängen ständig in diesem Spannungsfeld fest, indem wir von einem zum anderen wollen. Und solange wir uns in diesem Spannungsfeld befinden, können wir eigentlich gar keine klaren Entscheidungen treffen. Oder vieles von dem hält uns davon ab, die Lektionen wirklich zu praktizieren, weil die Identifikation beziehungsweise die Dualität sehr stark im Vordergrund ist. Und du kannst die Dualität aufheben, wenn du und all die Sorgen, all der Mangel kommt doch nur von unserem Denken an die Dualität. Und du leidest jetzt unter finanziellem Mangel, so könntest du dich fragen, könnte ich mich jetzt so arm fühlen, wie ich bin? und könnte ich mich jetzt so reich fühlen, wie ich bin? Probier das mal aus für dich. Angenommen, du bist krank, du hast eine sehr starke Diagnose bekommen, wo der Arzt dir sagt, da ist nicht mehr viel zu machen oder du bekommst noch dieses und jenes und dann springst du noch zu diesem Arzt und jenem Arzt und dann googelst du noch im Internet, was alles hilft und was nicht hilft und du hörst noch diese Session hier an und denkst, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht, ich bin ja immer noch krank und ich will doch gesund werden und dann fragst du noch deinen Freund und deinen Kumpel, was kann man machen und nudelst dich aus und weißt eigentlich überhaupt nicht mehr, wo du hingehen sollst. So stelle dir jetzt mal die Frage, könnte ich mich so krank fühlen, wie ich bin? Und könnte ich mich so gesund fühlen, wie ich bin? Dadurch hebst du die Polarität auf und wenn du ein Gefühl der Erleichterung empfindest, vielleicht schon alleine, während du mir zuhörst, dann kannst du sagen, und der Rest macht Gott. Denn ich muss jetzt nichts mehr tun, weil ich die Polarität, die Dualität, die den Zaun aufrechterhalten hat, aufgegeben habe. Kannst du es bemerken? Könnte ich mich jetzt so krank fühlen, wie ich bin? und könnte ich mich jetzt so gesund fühlen, wie ich bin? Und der Rest macht Gott. Danke. Das war's. Und das kannst du mit deinen finanziellen Geschichten machen, das kannst du mit deinem Beziehungsstress machen, das kannst du mit deiner Traurigkeit machen. Könnte ich mich jetzt so traurig fühlen, wie ich bin? Und könnte ich mich jetzt so glücklich fühlen, wie ich bin? Und mit ein bisschen Übung, und das ist überhaupt nicht schwierig, mit ein bisschen Übung kommt plötzlich Stille in deinen Geist. Und diese Stille in unserem Geist öffnet uns in die Bereitwilligkeit, die Hilfe Gottes anzunehmen, denn solange wir uns in der Dualität beziehungsweise in diesem Spannungsfeld der Dualität befinden, von einem zum anderen, solange kann die Hilfe Gottes nicht angenommen werden, wir sind weit entfernt davon, denn wir sind ja in unseren starren Projektionen von Krankheit, Traurigkeit und Mangel hin zu einem anderen Zustand gefangen. Diese leichte Übung wird dich davon befreien können. Du gehst in die beiden Extreme, du gehst vom einen ins andere und wie gesagt, du kannst dir in deinen Gedanken alles vorstellen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Dein Körper kann nicht unterscheiden, ob du die Situation direkt erfährst oder nur durch deine Gedanken. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und so kannst du dich in Gedanken von dem einen Extrem könnte ich mich jetzt so traurig fühlen, wie ich bin und könnte ich mich jetzt so glücklich fühlen, wie ich bin in die beiden Extreme begeben, um die Lücke des Friedens zu erschaffen, wo Gott nun, wo die Liebe Gottes uns nun erreichen kann. Identifiziere dich mit der Liebe und du bist geheilt, geheilt von all den Dingen, die du gemacht hast. Identifiziere dich mit der Liebe und du bist glücklich, alle Traurigkeit wird verschwinden, identifiziere dich mit der Liebe und du bist frei, denn alle Probleme lösen sich auf. Und der Körper wurde dazu gemacht und das müssen wir verstehen wollen, um eben diese Dinge des Mangels aufrecht zu erhalten und uns hierin gefangen fühlen und dergleichen mehr. Von einem zum anderen. Und solange wir dieses Spiel vom einen zum anderen ständig spielen, solange sind wir eben in der Dualität gefangen. Und die Identifikation mit der Dualität ist der einzige Fehler, den wir täglich praktizieren. Und vielleicht bekommst du jetzt ein Gefühl dafür, dass das Ego genau dadurch am Laufen gehalten wird. Genau dadurch in durch die Identifikation mit der Dualität. Vom Mangel zum Glück oder Ähnliches. Und noch einmal, derjenige, der den Mangel in sich geheilt hat, dem wird es an nichts mehr mangeln. Der braucht nichts mehr von der Welt und der muss auch die Welt nicht mehr anbetten. Gib mir noch irgendetwas. Denn der Christus ist frei, das heilige Selbst, das du bist, ist frei. Und wie kann das, was frei ist, noch irgendwo etwas benötigen. Es wird alles gegeben. Du bist im Heilsplan Gottes eingebunden. Ich meine, kann es dir dann noch an irgendetwas fehlen? Nein. Und du wirst plötzlich zu Dingen geführt, die du dir vorher hättest nicht ausdenken können. aber gefangen in unserer Matrix der Hoffnungslosigkeit, wo wir uns immer nur um dieselben Personen und um dieselben Gedanken drehen und den ganzen Tag Stunden darüber sprechen und wir sprechen den ganzen Tag über die Heilung, wir sprechen den ganzen Tag über den Kurs, aber wir sind noch im Mangel, dann ist irgendetwas faul, dann ist irgendetwas oberfaul, die Dualität scheint noch sehr viel wichtiger zu sein, beziehungsweise der Mangel und die Traurigkeit und die Sorgen und so weiter. Und das ist der Kurs in Wundern in der Praxis und ich habe diese Praxis angewandt. Ich wollte mich nicht mehr in den Mühlsteinen der Dualität abkämpfen. Das kenne ich sehr gut. Ich habe dem Heiligen Geist erlaubt, durch die Liebe, die er ist, in mir zu wirken und es hat dramatische Veränderungen, möchte ich fast schon sagen, obwohl es ja nichts ist, aber es hat enorme Veränderungen hervorgerufen. In jeder Situation, in der ich mich befinde. Und viele von uns haben auch schon diese Erfahrungen gemacht, davon weiß ich. Bleib weiter in dieser Übung. Verliere dich nicht mehr in den Mühlsteinen der Dualität. Es wird dich zerreiben und du wirst darin sterben. Das ist ganz klar. Steige aus aus diesem Kampf und bewirke Frieden in der Welt. Wie gesagt, wir vergeben nicht der Welt. Wir vergeben immer nur uns selbst. In der Lektion 265 wird uns gesagt, der Schöpfung Sanftmut ist alles, was ich sehe. Ich habe in der Tat die Welt missverstanden, weil ich ihr meine Sünden auferlegte und diese auf mich zurückblicken sah. Punkt. Das ist alles. Und deshalb, und genau deshalb vergeben wir niemanden in der Welt, wir vergeben letztendlich immer nur uns selbst, aber diejenigen, die uns triggern, diejenigen, die uns irgendwie stressen, das sind genau diejenigen, die uns aufzeigen, wo wir noch im Mangel sind, wo wir Hilfe benötigen. Wir sind es, die die Welt missverstanden haben, wir haben ihr unser fehlerhaftes Denken auferlegt, wir dachten, die Welt ist gefährlich, wir dachten, die Welt ist ein 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 die Ursache unseres Leidens, wir sind die Ursache. Ich wiederhole den Satz nochmal, ich habe in der Tat die Welt missverstanden, weil ich ihr meine Sünden auferlegte und diese auf mich zurückblicken sah, wie grimmig sie erschienen, wie habe ich mich täuschen lassen, zu denken, dass das, was ich fürchtete, in der Welt war, statt allein in meinem Geist. Heute sehe ich die Welt in der himmlischen Sanftmut, in der die Schöpfung leuchtet. In ihr ist keine Angst, lasst keine Erscheinung meiner Sünden des Himmels Licht verschleiern, das auf die Welt herabscheint. Was sich dort spiegelt, ist den Gottesgeist. Die Bilder, die ich sehe, spiegeln meine Gedanken wieder. Doch ist mein Geist mit dem Geist Gottes eins. Und so kann ich der Schöpfung Sanftmut wahrnehmen. Und du weißt es ganz genau, entweder nehmen wir der Schöpfung Sanftmut wahr oder die Müllsteine des Egos. Von dem einen zum anderen. Ständig in Angst, ständig in Sorgen. Hoffentlich bleibe ich gesund, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich hier. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man so schön. Wir hoffen nicht mehr, wir bewirken. Wir sind eins im Geiste Gottes und wir haben eine immense Wirkkraft, wenn wir der Dualität keine Aufmerksamkeit mehr schenken und uns mit der Liebe identifizieren. Wir sind in der Lage, die Welt zu verändern. Und hier, es muss erneut erwähnt werden, nicht indem wir in die Zeitungen schauen, in die Medien schauen und den Finger dorthin ausdrücken, sondern nur, 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 nur und ausschließlich nur, indem wir unseren Geist berichtigen. Alles andere ist nur wieder gegen Windräder kämpfen, gegen die Mühlsteine kämpfen und uns wieder erneut darin verlieren, als die guten Menschen, die wir natürlich sind, ist klar. Als der spirituelle Lehrer, der es drauf hat und den Finger in eine Richtung hält, die ihm anscheinend nichts angeht. Wir wollen dies beenden. Wir wollen nicht mehr irgendwelche politischen Systeme angreifen oder ähnliches. Wir wollen alles, alles, alles ausschließlich in unserem Geist berichtigen. Und wir wollen nichts mehr ausschließen. Solange wir noch irgendetwas ausschließen, sind wir keine, sind wir nicht das Licht der Welt, für das wir hierher gekommen sind, sondern wir sind diejenigen, die die Dualität unterstützen. Wir meinen es wohl gut mit unseren Aussagen, damit da irgendeine Gefahr kommt und wir müssen uns davor schützen und ich weiß, wie das geht. Das scheint eine edle Gesinnung zu sein, doch bringt sie uns nicht weiter. Edle gesinnte Menschen gibt es genügend. Wir wollen erwachen und wir wollen zu unserer Sanftheit zurückkehren. Die der Schöpfung Sanftmut ist alles, was ich sehe. Das ist doch etwas anderes, was wir bisher in der Welt gesehen beziehungsweise gemacht haben. Und wenn wir unser Missverständnis, das wir auf die Welt projiziert haben, aufgeben, indem wir der Dualität, wie vorher beschrieben, keine Wirkkraft mehr zuweisen, beziehungsweise sie unterstützen, dann werden wir heilen. Und ich kann dir absolut versprechen, wenn du beginnst zu heilen, dann wird die ganze Welt mit dir heilen, denn du wirst sie anders sehen. Und das hat Auswirkungen, die immens sind, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Denn unser durch die Schule geprägte Verstand kann doch nichts wirklich erkennen. durch unsere Schule geprägter Verstand, der hat ein enorm geringes Verfassungsvermögen. Wir sind durch ein Schulsystem gepresst worden, das auf eine Art und Weise funktioniert, die nicht wirklich die Probleme der Welt löst. Und deshalb wollen wir nicht mehr unseren Verstand benutzen, der versucht, die Dinge einzuschätzen, sondern wir wollen endlich unseren Verstand, der die Polarität immer wieder deutlich zum Ausdruck bringt, dem wollen wir keine Möglichkeit mehr geben, unseren Geist schöpferischen Geist in eine Richtung zu lenken, die wohl oder übel in den Tod führt. In Stille möchte ich auf die Welt schauen, die nur deine Gedanken spiegelt und auch die meinen. Ich will mich daran erinnern, dass sie dasselbe sind. Dann werde ich der Schöpfung Sanftmut sehen. Wir wollen heute Platz machen in unserem Geist. Wir wollen heute in der Bereitwilligkeit sein, des Schöpfer Sanftmut in allem zu erkennen. Wir wollen heute das Licht erkennen, wir wollen heute erkennen, dass wir umgeben sind von der Liebe Gottes. Wir wollen erkennen, dass Gott in allen Dingen ist, auf die wir schauen, in den Geräuschen, die wir hören und in jeder Hand, die uns entgegen gehalten wird. Wir wollen in jedem des Schöpfers Sanftmut sehen. Und das ist nun mal etwas ganz anderes als das, was wir durch unser Schulsystem gepresster Verstand erkennen kann. Der doch nur, und das weißt du, nicht das hervorbringt, was du wirklich möchtest. Und heute haben wir durch unser Denken die Möglichkeit, das zu erkennen, was uns, wonach wir so sehr dürsten. Und vielleicht denkst du, das ist zu einfach. Und ich sage dir, die Identifikation mit der Liebe ist das Einfachste, was du jemals erfahren wirst. Es ist völlig anstrengungslos. Glück, anhaltendes Glück, ist das Einfachste, was du jemals erreichen kannst. Denn es ist doch jetzt direkt da. Es ist dein Seins Zustand. Deshalb suche nicht mehr die Dualität, sondern öffne dich dem Geist, der all das beinhaltet, wonach du dich so sehr sehnst und beschenke dann die Welt damit. Danke. da. Ja, da. da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020